Ahoi und willkommen zu einem kurzen Video. Der Martin hatte mich jetzt noch mal darauf angestuppst, dass wir vielleicht doch noch mal ein Treffen machen und ich muss sagen, der Gedanke und die Idee gefällt mir. Durch die Corona-Zeit hat man alles ein bisschen nach hinten geschoben, aber würde ich jetzt mal sagen, bist du über 50, querst gern Mountainbike und hast mal Lust in der Gruppe im Park zu fahren, würde ich sagen, bist du dann richtig und natürlich auch alle anderen, die meinen Kanal kennen, sind gerne auch eingeladen. Wir treffen uns, würde ich jetzt mal sagen, am Samstag, den 18. Juni 2022 um 11 Uhr im Bikepark Willingen, am besten hinten auf dem Parkplatz vom K1. Also ich freue mich, wenn ihr kommt und wir uns dort sehen und zusammen biken, austauschen, quatschen, reden und was alles so dazugehört. Also bleibt gesund, passt auf euch und bis im Juni spätestens. In meiner neuen Wohnung habe ich ja mein Zimmer anders eingerichtet, beziehungsweise jetzt ein Zimmer für Computer und Fahrrad Sachen. Was haltet ihr denn davon, wie ich jetzt meine Fahrräder hier befestigt habe und im Zimmer untergebracht? Ich muss sagen, ich bin ganz froh, mir stehen sie jetzt so weniger im Raum. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das mit den Bikes bei euch gemacht habt und mir gefällt das jetzt so ganz gut und lässt sich auch gut alles handeln. Also wie gesagt, bis bald!